jo leute willkommen zurück endlich meine lobby gefunden wo nicht belegt war oder wo schon begonnen hat zu spielen die map finde ich jetzt noch besser wie die map davor fallen für freufalle wären die lecks nur nicht würde ich endlich mal ein paar gegner finden weil es auch nur vier gegner sind ey man ist doch dann auch schon wieder scheiße aber es kommen neue rein hier oben ist einer da ist der nächste das ist das haus um dem ich rein wollte eigentlich doch nicht oder wenn es jetzt schon zu ende wäre das geil obwohl ich richtig bock hat habe feindliche aufklärungs vorne gesichtet da ist der ich dachte die mülltonne wären gegner muss mich kurz ein bisschen konzentrieren denn hier sind schon die nächsten gegner am start ist einfach geil lagebericht pro läuft richtig gut haben die gegner null chance hat da es leckt übelst scheiße noch so eine gömmel desser diegel da draußen bewegt sich einer das werde ich angeschrieben oder es leckt es leckt ich kann jetzt nicht ich kann jetzt nicht schreiben er kommt geduckt rein habe ich keine chance null chance 4 8 zu 1 ich gehe wieder in mein haus rein alter wie es rum lag das ist abnommal hey oh mensch ist richtig abnommal ohne scherz man ist richtig abnommal ohne scherz plus minus slash plus minus scherz da hinten drin ich mal hin boosten die etwa alter nee oder 1 zu 12 hat der alter ich glaube die boosten ich glaube die boosten uns was alter ist nicht dein ernst oder ist die was boosten da oben es ist nicht dein fucking ernst sicherheit boosten die da alter sicherheit boosten nicht spaß dich so mit sicherheit ich werd mal linkes ei drauf den habe ich jetzt nicht gehört das war einfach nur reine institution oder wie die scheiße heißt mensch ich will kill es alter das ist echt unfair mit so einer waffe zu spielen ich schreibe auch schon aber hey es gibt die waffe im spiel deswegen benütze ich die auch da hat auch ein fmg low bob keine gnade würde es aber mal nicht lecken ich hätte schon 30 zu 0 abnormal alter ich will es gewinnen richtig geil wenn es rumleckt die ganze zeit so das jetzt sturz scheint kommt zwei millionen jahre später hinter mir kommt einer komm her Hä, Mann, Alter Das ist so ein fucking Alter, der hat so ein komisches Ding, wo man auch schießen kann Das verliere ich noch, Alter Das ist nicht dein fucking Ernst Mann, das ist doch behindert Ganz ehrlich Das ist richtig gay Die rennen halt alle Spassis, rennen halt hin Alle Homos rennen da hin Juggernaut bekommen, Lucky Nate noch Oh, das ist der Juggernaut I will finish this motherfucking Alter, ich lag auf dem Boden Komm ich in die E-Mail Nur weil es leckt schon wieder Das ist echt abnormal, wie das Spiel rumleckt Ja, komm, fick dich, du Hurensohn, Alter Bis Geburt Fick deine Mutter, Alter Nur weil es rumleckt in diesem verfickten Spiel, ey Ich mach jetzt auch C4 rein Noch eine Runde Freitballer Dann spielen wir Team Bethmatch schon mal an Das Ding fertig Also haut rein Bis zum nächsten Mal an Bis zum nächsten Mal an Bis zum nächsten Mal an Vielen Dank.